Guten Morgen, ich bringe euch heute wieder unsere Tagesenergie mit. Heute habe ich eine Karte aus der Blume des Lebens gezogen. Und die Karte für heute lautet Erdung, ich bin in Liebe mit Mutter Erde und allen auf ihr beheimateten Lebewesen verbunden. Das heißt, du sollst dich heute erden, du sollst dich mit der Mutter Erde verbinden. Ja, auch wenn heute der Tag sehr stressig für dich wird, besinne dich auf die Ruhe, hol dir die Kraft aus der Mutter Natur. Denn die Mutter Natur sollte hier wirklich heute auch viel Energie geben für den heutigen Tag, damit er eben nicht ganz so stressig wird. Oder auch wenn es wichtige Termine für dich gibt, dass du dich vor diesen Terminen hier einfach erdest, um einfach die Kraft für gewisse Gespräche, für Termine auch zu haben. Kann aber auch natürlich für die Partnerschaft stehen, also dass du dich hier ebenfalls erdest, um gewisse Situationen neutraler zu sehen. Und dass du dir einfach heute den Satz mitnimmst in den Tag, dass du einfach mit der Mutter Erde und allen Lebewesen auf dieser Erde verbunden bist. Und das in Liebe. Also jeder ist miteinander irgendwie in Liebe verbunden. Und das möchte dir einfach diese Karte heute sagen, dass gewisse Situationen, auch wenn sie noch so schwierig sind, trotzdem aus Liebe passieren. Ja, also aus Liebe, weil man eben aus gewissen Situationen auch lernen soll. Egal vor welchen Situationen du heute stehen wirst, das passiert einfach, weil du daraus lernen sollst und weil es dich hier wirklich einen Schritt weiter bringt. Das kann beruflich oder privat bedeuten, je nachdem, wie du die Karte für dich interpretierst. Also das soll ja nicht immer heißen, dass das jetzt alles so kommen muss, sondern diese Tageskarten sollen dich hier auch dazu animieren, selbst nachzudenken. Wenn du diese Karte anschaust, wenn du diese Botschaft liest, was das für dich bedeutet. Ja, dass du auch intuitiv darauf schaust, was das Ganze auch für dich bedeutet. Ja, aber auf jeden Fall sollst du dich heute erden, du sollst dich gestärkt fühlen für den heutigen Tag. Ist eine sehr, sehr schöne Botschaft. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, viel Kraft, viel Energie und sende euch alles Liebe. Tschüss.